Hallo zusammen! Hallo! So, heute gibt es wieder einen Übungstipp. Und zwar, ich glaube, das ist die Lieblingsübung für die Kinder mit Baby. Und zwar für die Arme. Also die Kinder dürfen jetzt da fliegen. Die Kinder sind sozusagen unser Gewicht. Und ja, wir kombinieren das anfangs mit ein paar Squats. Und der Vorteil ist, die Kinder werden schwerer und dadurch erhöhen wir ja automatisch ein bisschen unser Gewicht. Natürlich nur, wenn die Kinder wollen. Und vergesst nicht, trotzdem immer auf euren Körper zu schauen und zu hören. Also wehtun darf nie irgendwo so zicken oder zacken. Aber jetzt gehen wir mal fliegen. Stellt euch am besten ganz breit hin. Fußspitze schräg nach außen. Die Knie auch schön raus. Rücken schaust uns, dass es nicht eingefällt. Passen Sie mal bitte auf, dass man nicht ins Hohlkreuz kippt. Schulz und der Knie, Oberkörper ist schön gerade. So ist es gerade, wo geht? Wo geht? Wo geht? Wo geht? Wie gesagt, ihr könnt die Kinder immer ruckern. Oder wenn sie kleiner sind, vielleicht in der Bauchtrage nehmen oder so. wie ihr möchtet. Und jetzt gehen wir mal fliegen. Und das heißt, ich glaube ich liebe diese Übung für die Kinder. Wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Und die Größe sind. Könnt ihr es natürlich auch lassen. Lass sie kurz. Bisschen los weg. Yeah. Yeah. Genau. Perfekt. Wie gesagt, macht ihr vielleicht drei Durchgänge. Beginnt ihr mit acht Wiederholungen. Zehn Wiederholungen. Fünfzehn Wiederholungen. Und ich glaube, es macht die Kinder wirklich Spaß. Gell? Zeigst du Papa? Papa. Papa, viel Spaß beim Nachmachen.